Hier ist euer Kiloabdacht 1, dieser meldet ihr in einem Rundgang vom Stromhausen auf Folkfest 2014. Hier ist das Festzelt und hier ist der Eingang zum Folkfest. Das Festzelt und gegenüber vom Festzelt ist die Krabbe, so nenne ich sie jetzt mal. Das Brackdance 1.0. Sollen wir mal was im Festzelt los ist, bevor ich weiter mal einen Rundgang mache. Biergarten. Hier ist einigermaßen. Gucken wir mal was vom Festzelt rauskommt. Dann haben wir hier die Krabbe. Das Kettenkarussell. Da geht er in den Toiletten. Und ja, dann kommt das Casino Roal, ein Losstand. Jedes Los gewinnt, keine Mieten. Und gegenüber ist dann noch ein kleiner Kinderflug. Und das Kinderkarussell, das in der Mitte steht. Dann rechts ist der St. Hubertus, ein Süßstand. Ein Süßigkeitenstand. Ein Losstand, der Zweiter, der Glückshafen. Da gibt's Baumdretel. Und hier ist der Tropical Trip. Und hier ist noch eine kleine Duld. Und der Haupteingang. Genau, der Tropical Trip. Da gibt's noch einen kleinen Eisstand. Und einen Imbissstand. Und einen Autoscooter. Der Treff der Jugend. Da hinten ist noch ein Fischstand. Da hinten ist noch ein Fischstand. Und ein Weißbierzelt, oder Weißbierstand mit Gutmanns Hefeweizen. Dann noch mal ein kleiner Rundschwenker. Volkfest Romhausen 2014. Wellenflug in der Aktion. Und noch ein Dosenwerfstand. Das haben wir am Anfang angelangt. Unter einer Grappe. Das war der Rundgang durch das Volkfest von Romhausen. Ich hoffe, es hat einigermaßen gefallen. Weitere Wiese auf meinem Kanal. Alkido881. Und Fotos und Videos auf meiner Website www.akido881.de Bis zum nächsten Mal. Euer Alkido881.